Ich bin dieselbe Frau, die regelmäßig von meinem eigenen Vater missbraucht wurde. Er zwang mich zur Intimität und sperrte mich ein. Ich habe ihm insgesamt 14 Kinder geboren, von denen allerdings nicht alle überlebten. Mit diesen Worten fasste Albanidia Alvarez die Geschichte ihres tragischen Lebens zusammen. Der Fall, über den wir heute sprechen werden, ist einer der bekanntesten und abscheulichsten in der Geschichte Kolumbiens. Das Opfer musste viel Leid ertragen, konnte aber trotzdem ein neues Leben für sich und ihre Kinder aufbauen. Dabei wurde der Angreifer und Verursacher all ihres Leids von der Justiz bestraft. Informationen über die Kindheit und Jugend von Arcedio Alvarez Quintero fehlen fast vollständig. Es ist nur bekannt, dass er an der Schwelle zum Erwachsenenalter eine Beziehung mit einem Mädchen einging, das später seine Tochter zur Welt brachte. Die bürgerliche Ehefrau Arcedio verließ ihn im Jahr 1979, die gemeinsame Tochter war zu diesem Zeitpunkt etwa fünf Jahre alt. Sie erhielt den Namen Alba Nidia Alvarez, aber später wurde ihr ein kürzerer Name gegeben, sodass sie Nidia genannt wurde. Nach einiger Zeit zogen Arcedio und seine Tochter zu Verwandten. Dort gab es bald Probleme, weil der Mann seine Tochter ziemlich grob behandelte. In der Regel beschränkten sich solche Beziehungen nicht auf übertriebene Strenge und häufige Wutausbrüche, aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Arcedio zog später mit seinen Kindern nach San Sebastian de Mariquita, einer kleinen Gemeinde in Kolumbien. Mariquita wird oft als die Obsthauptstadt des Landes bezeichnet. Die Stadt selbst war jedoch nicht das endgültige Ziel der Familie Alvarez. Sie ließen sich in einem kleinen Dorf namens Bereda la Cabana nieder, in dem nicht mehr als 200 Familien lebten. Arcedio arbeitete wie die meisten Einheimischen auf einem Bauernhof. Dies brachte ihm jedoch kein regelmäßiges Einkommen, sodass sich die Familie Alvarez in einem verlassenen Haus niederlassen musste. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann bereits vier Kinder mit seiner ältesten Tochter. Die Nachbarn sahen darin nichts Ungewöhnliches und tatsächlich gibt es nur wenige Kinder auf der Welt, die von ihrem Vater erzogen werden. Bis zu einem gewissen Punkt hielten die Nachbarn die Familie Alvarez für wohlhabend. Allerdings pflegten sie kaum Kontakte zu den Einheimischen. Außerdem war Nidia ein zurückgezogenes Mädchen und sprach mit niemandem außer ihrem Vater und ihren Kindern. Sie verließ ihr Haus fast nie allein. Meistens wurde sie von ihrem Vater begleitet. Vielleicht war es seine Anwesenheit, die sie dazu brachte, den Mund zu halten. Man sah sie nur in den seltenen Momenten, in denen sie mit ihrem Vater auf dem örtlichen Markt einkaufen ging. Die aufmerksamen Bürger waren besonders darüber besorgt, dass Nidia trotz ihres noch jungen Alters nicht die örtliche Schule besuchte. Keiner von ihnen machte sich jedoch jemals die Mühe, sie oder ihren Vater danach zu fragen. Doch mit der Zeit kamen die Antworten auf diese und andere Fragen. Dies geschah, als das Mädchen wieder einmal schwanger wurde. In dieser Situation war es nicht schwer, Fakten zu vergleichen und Rückschlüsse darauf zu ziehen, wer genau der Vater des Kindes war. Auch hier verließ das Mädchen praktisch Nidas Haus, sie hatte keinen jungen Mann und ihr Vater kontrollierte jeden ihrer Schritte. Der einzige Mann, der der Vater ihrer Kinder sein konnte, war also kein anderer als Arcedio. Und obwohl es für alle Beteiligten offensichtlich war, dass Nidias Vater ein Verbrechen begangen hatte, machte niemand den Versuch, sich an die Behörden zu wenden. Infolgedessen wurden die Menschen im Umfeld der Familie nur unwissende Zeugen von den wiederholten sexuellen Übergriffen an Nidia. Im Laufe von mehr als 20 Jahren wurde die älteste Tochter von Arcedio mindestens 14 Mal schwanger. Allerdings überlebten nicht alle Kinder. Einige von ihnen waren frühgeburten und starben unmittelbar nach der Geburt. Außerdem hatte Nidia nie in einem Krankenhaus entbunden und kaum jemals professionelle Hilfe von Ärzten in Anspruch genommen. Am Ende überlebten nur acht der 14 Kinder, drei Jungen und fünf Mädchen. Von allen Arcedio-Kindern konnte nur Nidia relativ gut lesen und schreiben. Ihr Vater hatte es ihr beigebracht. Die übrigen Kinder waren dieser Fähigkeit beraubt. Die meisten ihrer Rechte waren vom ersten Tag nach ihrer Geburt an verletzt worden. Die Kinder existierten nicht einmal offiziell, sie hatten keine Dokumente oder Geburtsurkunden. Sie waren weder in einem Kindergarten noch in einer örtlichen Schule eingeschrieben, sie waren nicht einmal geimpft. Obwohl sie nicht einmal die Klinik besuchten, sagten die Einheimischen, sie hätten die Möglichkeit, Nidia zu helfen oder zumindest mit ihr zu sprechen. Aus irgendeinem Grund wählten die Einheimischen jedoch eine andere Taktik. Sie verurteilten Nidia offen dafür, dass sie mit ihrem Vater geschlafen hatte, als hätte sie die Möglichkeit gehabt, es nicht zu tun. Als sie aufwuchs, reagierte das Mädchen nie auf die harschen Worte, die regelmäßig an sie gerichtet wurden. Alles, was sie daraufhin tat, war zu schweigen. Arcedio hatte sie so gemacht. Sie wagte es nie, ihn zu beleidigen, noch wagte sie es, ihn für sein Fehlverhalten ihr gegenüber zu verurteilen. Die Nachbarn der Familie sagten, Arcedio sei ihnen immer als strenger, aber anständiger Mann erschien. Der Mann war tatsächlich streng und die Dorfbewohner hatten Angst vor ihm. Sie befürchteten, dass er ihnen etwas Schlimmes antun könnte. Mit der Zeit wurde die Beziehung zwischen Vater und Tochter von allen als normal akzeptiert. Es war so etwas wie ein offenes Geheimnis, in das jeder in diesem kleinen Dorf eingeweiht war. Bei seltenen Gelegenheiten wurde das Haus der Familie Alvarez sogar vom örtlichen Bildungssekretariat und von Kirchenvertretern besucht. Sie wollten, dass Arcedio seine Kinder zur Schule gehen lässt, ihnen eine Ausbildung ermöglicht und sie zu normalen Menschen macht. Aber all diese Besuche hatten nicht den gewünschten Effekt. Aus irgendeinem Grund schenkten diese Leute der Tatsache keine Beachtung, dass die Kinder nicht einmal offiziell registriert waren, ganz zu schweigen von den offensichtlichen Anzeichen einer intimen Beziehung zwischen Vater und Tochter. Es schien, als hätte Arcedio einfach Glück gehabt und die Behörden kümmerten sich nicht um ihn oder die Situation. Doch wenn das so weiterging, würden weder Nidia noch ihre Kinder jemals aus ihrer albtraumhaften Existenz herauskommen. Doch dann kam die Wende. Es geschah, als Arcedio schließlich die Grenze überschritt. Laut Nidia wurde ihr Vater irgendwann kalt ihr gegenüber, dann begann er sich für eine seiner anderen Töchter zu interessieren. Außerdem zwang er seine Söhne, dasselbe zu tun wie er. Dieser Umstand beunruhigte Nidia besonders. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits aufgehört, sich um ihr Leben zu sorgen und sich schließlich selbst geopfert. Sie konnte jedoch nicht zulassen, dass sich ihre Geschichte mit ihren Kindern wiederholte. In dieser Situation würde bestimmt jemand sagen, dass es eine höhere Macht war, die eingegriffen und den Verbrechen ein Ende gesetzt hat. Ein Mann namens Orlando Marien reiste als Pastor der International United Pentecostal Church regelmäßig in kleine Städte und Dörfer. Bei einem dieser Besuche erfuhr Pastor Orlando von Nidia und ihrer Situation. Dies war der Wendepunkt im Leben der Frau. Sie fand in der Person dieses Mannes Unterstützung und öffnete sich ihm gegenüber. Der Pastor bestand darauf, dass Nidia die Kinder nahm und das Haus verließ. Doch die langen Jahre, die sie unter der Unterdrückung durch ihren Vater verbracht hatte, hielten sie davon ab. Sie hatte die Fähigkeit verloren, gute Entscheidungen zu treffen. Die Frau kannte nichts anderes als die Aggressionen, denen sie seit ihrer frühen Kindheit ausgesetzt gewesen war. Aber irgendetwas half ihr dennoch, sich zu entscheiden, und sie stellte sich gegen Arcedio. Zur gleichen Zeit erfuhr die Weltöffentlichkeit von einem anderen schrecklichen Fall, nämlich dem von Elisabeth Fritzl. Ihr Vater, Josef Fritzl, hatte sie 24 Jahre lang im Keller seines Hauses gefangen gehalten. Während ihrer Gefangenschaft gebar Elisabeth ihrem Peiniger sieben Kinder. Sie haben vielleicht schon von diesem Fall gehört. Er war so außergewöhnlich und grausam, dass Menschen auf der ganzen Welt alles in ihrer Macht Stehende tun wollten, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. In gewisser Weise war es das Wissen um diesen Fall, das Nidia dazu brachte, ihre endgültige Entscheidung zu treffen. Die Überzeugung, dass ihr Vater ein weiteres Verbrechen an ihren Kindern begangen haben könnte, ließ sie ihn gleichzeitig fürchten und hassen. Die Frau erkannte, dass niemand außer ihr ihre Kinder schützen konnte. Sie konnte nicht zulassen, dass sie Opfer der Aggressionen des Monsters wurden, das sie für ihren Vater halten mussten. Daraufhin forderte Nidia den Mann schließlich heraus. Arcedio konterte in solchen Situationen gewöhnlich mit einem Schlag. Das war eine Strategie, die er schon seit Jahren anwandte. Auf diese Weise zwang er seine Kinder ihm zu gehorchen. Jeder noch so kleine Versuch, ihm zu widersprechen, endete in einer Aggression seinerseits. Aber dieses Mal war es anders. Vielleicht hatte Nidia so viel Wut in sich aufgestaut, dass Arcedios Vertrauen erschüttert war. Er reagierte überhaupt nicht auf die Handlungen seiner ältesten Tochter. Schließlich verließ Nidia, nachdem sie sich die Unterstützung der meisten Kinder gesichert hatte, den Ort, an dem sie schikaniert wurde. Es sollte klargestellt werden, dass die beiden älteren Söhne der Frau ihren Vater unterstützten und bei ihm blieben. Es ist schwer zu sagen, welche Gefühle sie bei ihrer Entscheidung geleitet haben. Die Frau und ihre Kinder verließen das Haus und fuhren nach Marikita. Dort erstattete Nidia zum ersten Mal in ihrem Leben eine förmliche Anzeige gegen ihren Vater und suchte Hilfe bei den Strafverfolgungsbehörden. Zunächst wagte sie es nur, ihren Vater zu beschuldigen, sie geschlagen zu haben. Nach einigen Tagen weitete sie die Anzeige jedoch auf jahrelangen Missbrauch und Verbrechen gegen ihre sexuelle Integrität aus. Natürlich mussten die Behörden ihre eigenen Ermittlungen durchführen, bevor sie etwas unternahmen. Sie mussten die von der Frau erhobenen Anschuldigungen bestätigen. Solche Maßnahmen seitens der Behörden dauerten manchmal recht lange. Und die Strafverfolgung erfolgte nicht immer unverzüglich. Zeit war eine der Ressourcen, die Nidia und ihre Kinder nicht zur Verfügung hatten. Sie lebten in einem gemieteten Haus und ihre Ersparnisse gingen langsam zur Neige. Sie mussten ein Dach über dem Kopf haben und die Frau fand nicht sofort einen Job. Alles in allem folgte eine Notlage auf die andere. Glücklicherweise gelang es Nidia, einen Job in einem örtlichen Restaurant zu finden. Für das Wohlergehen ihrer Kinder musste sie 15 Stunden am Tag arbeiten. In der Zwischenzeit schienen die Behörden des Landes nicht in der Lage zu sein, die Umstände des Falles aufzuklären. Sie verschwendeten nur Zeit. Dies verschlimmerte die ohnehin schon schwierige Situation für Nidia und ihre Kinder, da sie nicht die Unterstützung und Hilfe erhielten, auf die sie nach dem Gesetz Anspruch hatten. Die kolumbianischen Strafverfolgungsbehörden schienen sich einfach nicht die Mühe zu machen, ernsthaft zu ermitteln. Die einzigen, die sich der Sache annahmen, waren bevollmächtigte Vertreter des Familienministeriums. Sie nahmen sich der Sache an und informierten die örtlichen Beamten darüber. Daraufhin begaben sich diese persönlich zu dem Haus, in dem Nidia und ihre Kinder zuvor gelebt hatten. Später berichteten sie in den Medien über einige Einzelheiten der Geschichte und die grundlegenden Details von Nidias Leben machten den Fall zu einem der bekanntesten des Landes. Die folgenden Monate der Ermittlungen waren der Sammlung von Zeugenaussagen gewidmet, die den Wahrheitsgehalt von Nidias Anschuldigungen gegen ihren Vater bestätigen konnten. Im Januar 2009 entschieden die Behörden schließlich, dass die gesammelten Beweise ausreichten, um ein Strafverfahren gegen Arcedio Alvarez Quintero einzuleiten. Die Generalstaatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine umfassende und gründliche Untersuchung aller Faktoren seiner Straftat an. In der zweiten Märzhälfte desselben Jahres beendete die Strafverfolgungsbehörde die Straffreiheit des Täters, der jahrelang das Leben seiner ältesten Tochter und anderer Kinder vergiftet hatte. Die Operation zur Ergreifung des Angreifers dauerte nur wenige Stunden. Der Mann wurde in einer Zuckerrohrplantage festgenommen, wo er sich in den letzten Monaten versteckt hatte. In seiner ersten Aussage unmittelbar nach seiner Verhaftung sagte der ältere Mann, er habe seine Tochter nie zur Intimität gezwungen. Er behauptete, sie sei in Wirklichkeit nicht einmal seine leibliche Tochter. Er sagte, sie sei in jungen Jahren adoptiert worden und könne sich nicht daran erinnern. Er wies die meisten der von den Behörden gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Nachdem sie die Aussage des Vaters gehört hatte, erklärte Nidia, dass er absichtlich Argumente über ihre angebliche Adoption vorgebracht habe, um ihre Misshandlung zu rechtfertigen. Sie bestätigte, dass der Mann sie schlimmsten körperlichen Angriffen ausgesetzt und sie im Wesentlichen all die Jahre eingesperrt hatte. Die überraschendste Aussage der Frau war, dass sie den Angreifer immer noch als ihren Vater und Familienvater ansah. In ihrer Vorstellung bedeutete dies, dass sie ihn weiterhin respektieren würde, egal was passiert. Nidia erwähnte sogar, dass sie ihn immer noch liebte. Im Laufe der Jahre hatte sie immer wieder versucht, ihren Vater zur Vernunft zu bringen, aber es war ihr nie gelungen. Alles in allem klangen Nidias Worte recht ungewöhnlich, vor allem wenn man bedenkt, was ihr alles widerfahren war. Es schien, als hätte sie Arcedio hassen müssen, aber aus irgendeinem Grund empfand sie etwas anderes für ihn. Ende März 2009 fand die erste Verhandlung gegen Arcedio Alvarez-Centero statt. Während dieser Verhandlung blieb der Mann bei seiner Geschichte und erklärte, dass Nidia nicht seine leibliche Tochter sei. Er stellte auch klar, dass er und seine Tochter vereinbart hatten, sich zu lieben und dass alles, was geschah, rein einvernehmlich war. Natürlich konnte Arcedio nicht erklären, wie er auf die Idee gekommen war, eine solche Vereinbarung mit einem kleinen Mädchen zu treffen. Schließlich war Nidia ja noch ein Kind, als dieses Monster die Tat beging. Nach der ersten Anhörung wurde Arcedio in das örtliche Gefängnis verlegt. Auf dem Weg aus dem Gerichtsgebäude wurde er von einem wütenden Mob aus einfachen Bürgern empfangen. Sie alle wollten den Angeklagten persönlich bestrafen. Doch die Vollzugsbeamten hinderten sie daran. Das öffentliche Interesse an diesem Fall war zu erwarten und fast alle nationalen Nachrichtenagenturen berichteten ausführlich über die Ermittlungen. Dies wirkte sich natürlich auf die Haltung der Menschen gegenüber Arcedio aus. Infolgedessen wurde er zu einer der meistgehassten Personen des Landes und erhielt den Spitznamen Das Monster von Marikita. Dieser Spitzname passte gut zu den Taten des Mannes. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich Nidia sicher. Sie war endlich in der Lage, über ihr hartes Leben zu sprechen. Allerdings tat sie dies auf eine sehr knappe Art und Weise. Trotz allem, was diese leidgeprüfte Frau durchgemacht hatte, zeigte sie im Gespräch mit den Journalisten ihre Unverwüstlichkeit und Gutherzigkeit. Nidia wiederholte immer wieder, dass ihre größte Angst in all den Jahren darin bestand, von ihren Kindern getrennt zu werden. Sie könne sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Außerdem hatte die Frau Angst, dass ihr Vater den Kindern das antun würde, was er ihr angetan hatte. Sie war empört über die mangelnde Unterstützung durch andere. Wenn ich mich recht erinnere, wurde sie nur verurteilt. Vielleicht machte dieses Verhalten der Dorfbewohner sie zu Mitwissern des Verbrechens. Der Prozess gegen Arcedio Alvarez Quintero, auch das Monster von Marikita genannt, fand im Jahr 2009 statt. Es sollte klargestellt werden, dass er ziemlich schnell verlief. Leider fehlen bis heute die meisten Informationen über den Prozess selbst. Es ist nur bekannt, dass die Hauptzeugin der Anklage Nidia selbst war. Sie erzählte noch einmal die Geschichte ihres Lebens und tat alles, um ihren Vater ins Gefängnis zu bringen. Außerdem gelang es den Behörden, die Version zu widerlegen, dass die Frau nicht die leibliche Tochter des Angeklagten sei. Ich möchte daran erinnern, dass Arcedio selbst auf diesen Umstand hinwies und versuchte, sein Handeln irgendwie zu rechtfertigen. Im Laufe des Prozesses wurde bekannt, dass die Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft des Landes versuchten, mehrere neue Anklagepunkte gegen den Angeklagten hinzuzufügen. Alle sollten sich auf den Verstoß gegen die sexuelle Unverletzlichkeit einer der minderjährigen Töchter des Mannes und Nidia beziehen. Letztlich konnte jedoch nicht bewiesen werden, dass der Angeklagte solche Taten begangen hatte. Vertretern von Nachrichtenagenturen wurde ein begrenzter Zugang zum Prozess gewährt. Ihnen zufolge stritt Arcedio seine Schuld zunächst vollständig ab, obwohl er dies schon früher getan hatte. Gegen Ende des Prozesses gestand der Angeklagte jedoch seine Taten und nahm die Schuld für alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe auf sich. Er versuchte sogar, sich bei seiner ältesten Tochter und deren Kindern zu entschuldigen. Im Oktober 2009 beendete der Richter, auf dessen Schultern die Verantwortung für die Verurteilung lag, schließlich diesen viel beachteten Fall und schickte das Monster von Marikita ins Gefängnis. Nach den Ergebnissen des Prozesses sollte Arcedio Alvarez Quintero 15 Jahre und 7 Monate seines Lebens hinter Gittern verbringen. Natürlich wurde eine so bescheidene Strafe für den Angreifer sowohl von der Gesellschaft als auch vom Opfer als Missverständnis empfunden. Man könnte sagen, dass es eine Beleidigung war und nicht mit der Schwere der Gräueltaten des Täters vergleichbar. Ein weiteres überraschendes Detail war die Herabsetzung des Strafmaßes auf 11 Jahre und 7 Monate. Dies geschah mehrere Monate nach der letzten Verhandlung. Die Gründe für diese Nachsicht wurden jedoch nie genannt. Vielleicht hingen sie mit der Verschlechterung des Gesundheitszustands des Verurteilten zusammen. Am Ende des Prozesses wurden Nidia und ihre sechs Kinder in eine Sozialunterkunft in der Stadt Bagata gebracht. Nach Angaben der Behörden konnten sie dort ein neues Leben beginnen, weg von einem Ort, der sie ständig an die Vergangenheit erinnerte. Über das Schicksal der beiden Söhne der Frau, die zuvor beschlossen hatten, bei ihrem Vater zu bleiben, ist nichts bekannt. Arcedio selbst wurde bald darauf in ein Hochsicherheitsgefängnis in einem Ort namens Piculenia verlegt. Im Jahr 2011 meldete die Leitung dieses Gefängnisses jedoch, dass der Mann gestorben war. Angeblich war der Straftäter einige Wochen vor seinem Tod in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert worden, um eine Routineoperation durchzuführen und seinen Blutdruck zu kontrollieren. Im Zuge der Operation wurde Arcedios Gallenblase entfernt. Auf den ersten Blick schien die Operation gut zu verlaufen, doch nachdem der Mann ins Gefängnis zurückgekehrt war, starb er plötzlich. Die Gefängniswärter fanden schließlich seinen leblosen Körper in einer der Zellen. In dem Bericht hieß es, dass er eines natürlichen Todes gestorben sei. Abschließend sei noch einmal auf die Widerstandsfähigkeit von Nidia hingewiesen. Sie kämpfte um ihr Leben und das Leben ihrer Kinder und am Ende gewann sie. Sie lebte viele Jahre lang und sehnte sich nach Freiheit, hatte aber nicht den Mut, sie zu finden. Nachdem Nidia endlich aus der Gefangenschaft ihres Vaters entkommen war, sorgte sie sich nur noch um das Wohlergehen ihrer Kinder. Sie träumte davon, dass sie alle eine Ausbildung erhalten und sich trotz ihrer Vergangenheit ein eigenes Leben aufbauen können. Der vielleicht wichtigste Rat, den Nidia anderen Opfern ähnlicher Verbrechen geben konnte, war, nicht zu schweigen. Tatsächlich war es das jahrelange Schweigen der Frau, das ihren Vater zum perfekten Komplizen machte. Manchmal treffen wir einen Menschen, der uns umhaut. In einem solchen Zustand sind junge Menschen zu allem bereit, auch wenn sie sich ins Ungewisse begeben. Manchmal entstehen so starke Familien und lebenslange Paare, manchmal aber auch einige der blutigsten Verbrechen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Jessie Bardwell war ein echtes Papakind. Sie lebte bei ihrem Vater Gary und stand ihm sehr nahe. Der Mann liebte sie mehr als alles andere auf der Welt. Sie hatten eine unglaublich herzliche Beziehung, volles Verständnis und Unterstützung. Die Heldin der Geschichte war ein sehr nette und schöne junge Frau. Zur Zeit der geschilderten Ereignisse lebte sie in einem kleinen Ferienort namens Orange Beach im Bundesstaat Alabama, USA und arbeitete als Kellnerin in einem berühmten Restaurant. Nach einiger Zeit beschloss sie, nach Texas zu ziehen. Für den Vater war dies eine unerwartete Entscheidung und er sah keinen Grund für eine so radikale Veränderung. Die Tochter wiederum sagte einfach, dass sie ihren Kopf frei bekommen und einen Tapetenwechsel brauchen würde. Sie würde für ein paar Wochen weg sein. Zunächst hielt Jessie den Kontakt aufrecht, aber mit der Zeit wurde die Situation immer angespannter. Etwa ein halbes Jahr verging und die Nachrichten von ihr blieben aus. Familie und Freunde machten sich Sorgen, aber der Vater machte die schlimmste Erfahrung. Eines Tages wachte er in der Nacht schweißgebadet auf. Der Mann hatte einen Albtraum, nachdem er sicher war, dass Jessie in Lebensgefahr schwebte. Eine Freundin namens Kimberly wusste mehr über ihre Reise, als sie ihrem Vater erzählt hatte. Sie wusste, dass Jessie nach Texas gehen würde, lange bevor sie es der Familie gestand. Es stellte sich heraus, dass Jessie dort einen jungen Mann kennengelernt hatte, der sehr attraktiv zu sein schien. Je länger sie miteinander sprachen, desto stärker wurden die gegenseitigen Gefühle. Schließlich beschloss die Heldin der Geschichte, zu ihm zu gehen. Sie planten, eine Beziehung aufzubauen, und so beschloss Jessie, für eine Weile bei ihrem Freund einzuziehen. Auf jeden Fall musste sie zurückkommen. Ihr Vater wartete Tag für Tag auf sie und erwartete, dass seine geliebte Tochter mit ihren Koffern vor seiner Tür auftauchen würde. Er wünschte sich sehnlichst, dass sie zurückkam, aber Jessie tauchte nie vor seiner Tür auf. Als Jessie und ihr älterer Bruder geboren wurden, waren sie eine große Freude für ihre Eltern. Die Mutter und der Vater wünschten sich schon seit langem Kinder, aber es war nicht möglich. Mit einem Mädchen und einem Jungen erfüllte sich der Traum des Paares. Der Mann arbeitete in dieser Zeit als Feuerwehrmann im Dienst des Staates Mississippi und baute sofort eine herzliche Beziehung zu seiner Tochter auf, die seit ihrer Kindheit ihren Vater immer aus dem Rest der Familie heraushob, sich um ihn sorgte und ständig anrief, um zu erfahren, wann Papa nach Hause käme. Sie lebten wie eine große Familie. Ihre Mutter, ihr Vater, Jessie und ihr älterer Bruder Brandon. Leider begann die Familie nach einiger Zeit auseinanderzufallen. Während der Schulzeit des Mädchens kam es zu einem Zerwürfnis zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater und als Jessie 14 Jahre alt war, beschlossen die beiden, sich scheiden zu lassen. Das Mädchen beschloss, bei ihrem Vater zu bleiben, da sie ihm am nächsten stand und ihr Bruder blieb bei seiner Mutter. Später suchte sich der Mann eine neue Lebensgefährtin. Ihr Name war Gina und sie heirateten. Die Frau wurde eine wunderbare Stiefmutter für Jessie und sie verstanden sich auf Anhieb. Die Familienbeziehungen glichen einer wahren Idylle. Nach dem Abschluss der Highschool zog Jessie mit dem Rest der Familie nach Orange Beach, Alabama. Hier nahm sie einen Job im Coastal Restaurant Cobalt an, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie plante, aufs College zu gehen und eine Ausbildung zu machen, wofür sie Geld sparte. Nach ihrem Abschluss träumte Jessie davon, ein Unternehmen in der Schönheitsbranche zu gründen. All dies erforderte eine große Investition, die sie sich nicht leisten konnte. Dennoch gab die Studentin, die überzeugt von ihrem Traum war, nicht auf. Während sie in einem Restaurant arbeitete, lernte sie Kimberly kennen, die sich als Geschäftsführerin des Lokals entpuppte. Jessie erzählte ihr, dass ihr Vater ein begabter Musiker sei und so wurde Gary eingeladen, an einem der Abende im Restaurant zu spielen. Nach und nach begann der Mann, dies regelmäßig zu tun. Auch seine geliebte Tochter arbeitete hier und das brachte sie noch näher zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau schon seit langem mit einem Mann namens Terry zusammen. Sie hatten eine ruhige, ernste Beziehung, aber plötzlich fühlte sie sich zu einem neuen Mann hingezogen. An einem der Abende kam Jason Lowe in das Restaurant und machte sofort Bekanntschaft mit Jessie. Der neue Mann war attraktiv, hatte einen höheren akademischen Rang und war sehr ehrgeizig. Also begannen sie sich zu verabreden. Für die Heldin der Geschichte wurde er nicht nur ein Hobby, sondern ein Beispiel dafür, wie man sein Leben grundlegend ändern kann. Der junge Mann arbeitete in Dallas als Angestellter eines Unternehmens aus der IT-Branche. Ihm zufolge stammte Jason aus einer einfachen Familie, verdiente aber dank seiner Bemühungen sechsstellige Summen. Jessie erkannte, dass er ein vielversprechender Mann war, der ihr helfen konnte, ihre Träume in der Schönheitsbranche zu verwirklichen. Jessie träumte davon, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Aber es fehlte ihr an Geld. Als sie ihrem neuen Freund davon erzählte, war Jason sofort bereit, ihre Gründungsidee zu unterstützen. Er sagte, er würde ihr bei den finanziellen Angelegenheiten helfen, aber nur, wenn sie zusammen in Texas leben würden. Zunächst zögerte Jessie, sie wollte ihren geliebten Vater nicht verlassen. Aber schließlich beschloss Jessie, sich ihren Traum zu erfüllen und ein kleines Abenteuer zu erleben. Sie plante dies heimlich vor ihrem Vater, da sie lange Zeit Angst hatte, ihn über den Umzug zu informieren, da sie wusste, dass er dagegen sein würde. Als sie ihr letztes gemeinsames Weihnachtsfest verbrachten, hatte Gary keine Ahnung, dass seine Tochter mit ihrem neuen Freund zusammenziehen würde. Später gab er zu, dass er alles getan hätte, um die Reise zu verhindern und dass er seine Tochter nicht hätte gehen lassen. Offenbar war Jessie sich dessen bewusst und wollte sich der Provokation ihres Vaters nicht aussetzen und log über den Kurztrip. Die 27-Jährige fand sich im Mai 2016 im Dallas-Vorort Richardson, Texas wieder. Ihr Freund arbeitete von zu Hause aus und Jessie versuchte, einen neuen Job zu finden und suchte nach einem Ort, an dem sie ihren Schönheitssalon eröffnen konnte. Seitdem hatte sich die Beziehung zu ihrem Vater dramatisch verändert, sie hatten sich entfremdet. Dies war nur das erste Alarmsignal einer Reihe von Ereignissen, die Garys Albtraum Wirklichkeit werden ließen. Schon nach wenigen Tagen war es schwierig, Jessie zu erreichen. Später fand der Vater mit Hilfe eines Freundes heraus, dass seine Tochter einen neuen Freund hatte, wegen dem sie in einen anderen Start zog. Der Mann begann, weitere Nachforschungen anzustellen und fand heraus, dass der Freund ihr Mobiltelefon kontrollierte, alle Anrufe abhörte und Nachrichten las. Die einzige Möglichkeit, mit seiner Tochter zu kommunizieren, bestand darin, Jason selbst anzurufen. Nach jeder dieser Telefonate sagte er, dass sie zurückrufen würde. Nach einiger Zeit meldete sie sich dann selbst bei ihrem Vater. Nur auf diese Weise konnten sie miteinander kommunizieren. Zwei Monate dieser Beziehung waren vergangen, als Gary endlich die Gelegenheit bekam, den jungen Mann persönlich kennenzulernen. Er und Jessie besuchten seinen Vater. Der verzweifelte Vater versuchte, die Tochter zu überreden, nicht nach Texas zurückzukehren. Er umarmte sie sogar noch fester als sonst. Sie weigerte sich jedoch, auf ihn zu hören, da sie glaubte, dass sie mit ihrem Liebhaber nach Dallas gehen müsse, um ihren Traum zu verwirklichen. Gary machte sich keine Illusionen über diesen jungen Mann, aber es war unmöglich, Jessie umzustimmen. Als sie abreisten, hatte der Mann ein ungutes Gefühl. Er informierte seine Tochter per Telefon darüber, aber sie bat ihn, sich keine Sorgen zu machen. Wie sich herausstellte, liefen die Dinge in Texas nicht nach Plan. Der Mann hatte nicht das Vermögen, das er zu haben glaubte. Ihre Träume von der Eröffnung eines Friseursalons erfüllten sich also nicht. Er verdiente zwar gutes Geld, aber nicht die Millionen, von denen er ihr erzählte und ihr den Staub in die Augen blies. Jasons Lügen führten zu ständigen Auseinandersetzungen. Vier Monate nach ihrem Umzug nach Texas reagierte die Tochter überhaupt nicht mehr auf ihren Vater. In dieser Zeit rief Gary Jason fast jeden Tag an und forderte ihn auf, mit seiner Tochter zu sprechen. Der junge Mann schockierte ihn jedoch mit seiner Antwort. Der Mann behauptete, er wisse nicht, wo sie sei und was mit ihr geschehen sei. Ihm zufolge lebten sie in einer offenen Beziehung und irgendwann sei Jesse einfach gegangen. Er war auch traurig über das, was passiert war und bat ihn, ihm Bescheid zu geben, wenn Jesse nach Hause käme. Der Junge glaubte, dass sie zurückkommen würde und wartete auf sie, aber sein Vater glaubte ihm nicht. Gary wusste, dass seine Tochter nie für eine solche Beziehung war und Jason war sehr eifersüchtig und hielt Jesse unter Kontrolle. Solche Kerle lassen ihre Partnerinnen nicht einfach gehen. Am Muttertag rief Jesse weder ihre Stiefmutter noch ihre Mutter an, um ihr zu gratulieren. Für Gary war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie achtete auf solche Dinge und der einzige Grund, warum sie die Ereignisse verpasst haben konnte, war, dass sie in ernsthaften Schwierigkeiten steckte. Er vermutete, dass seine Tochter in Schwierigkeiten steckte. Am nächsten Morgen packte Gary seine Koffer, um nach Texas zu fahren und seine Tochter abzuholen. Der Mann war sehr wütend. Er schien davon überzeugt zu sein, dass Jason Lowe etwas mit den Ereignissen zu tun hatte. Als der wütende Vater das Haus erreichte, in dem das junge Liebespaar lebte, fand er keine Spur von seiner Tochter. Im Haus befanden sich keine Habseligkeiten und Jason behauptete immer wieder, er wisse nichts und warte auf ihre Rückkehr. In Anbetracht der Umstände des Verschwindens beschloss der Mann, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Polizeibeamten reagierten sofort. Innerhalb von 24 Stunden nach der Anzeige sprachen sie mehrmals mit Jason, um nach Hinweisen zu suchen und durchsuchten auch die Wohnung. Die Polizeibeamten konnten keine Spur von Jesse finden. Es war, als ob sie verschwunden wäre. Dies stand im Widerspruch zu Jasons Aussagen, dass sie nur für eine Weile weg war und vielleicht zurückkommen würde. Nach Jasons Angaben hat er sie zuletzt am 8. Mai gesehen, und zwar gegen 10 Uhr morgens. Jesse fuhr mit ihrem Auto weg und ist seitdem verschwunden. Die Polizeibeamten haben wiederholt Kontakt mit dem Freund der Vermissten aufgenommen. Ihm zufolge hatten sie eine liebevolle Beziehung, aber ohne Verpflichtungen. Er kontrollierte sie nicht und ließ sie ihr Leben leben. Im Gegenzug erhielt er dasselbe und es ging ihnen gut. Jason behauptete jedoch, dass er sich auf die Rückkehr seiner Freundin freue, da der Vorfall ein echter Schlag für ihn gewesen sei. Die Polizeibeamten konnten in dem Haus, in dem der junge Mann wohnte, nichts Verdächtiges finden. Er schien bestürzt zu sein und kooperierte bei den Ermittlungen. Jason behauptete, Jesse sei am Tag des Verschwindens mit ihrem Acura-Geländewagen weggefahren. Die Geschichte klang gut, bis auf den Wagen selbst. Die Sache ist die, dass sie ihn drei Wochen vor ihrem Verschwinden verkauft hatte. Die Strafverfolgungsbehörden hatten keine Mühe, das Fahrzeug bis zum neuen Besitzer zurückzuverfolgen. Der Mann zögerte nicht, der Polizei eine Inspektion des Innenraums zu gestatten. Hier wurde jedoch nichts Verdächtiges gefunden. Die Polizeibeamten beschlossen daraufhin, zur Wohnung des Hauptverdächtigen zurückzukehren. Die Ermittler wollten weitere Fragen stellen, insbesondere zu der Unstimmigkeit mit dem Auto. Auf welcher Grundlage könnte der junge Mann gelogen haben, dass das Auto verkauft wurde? Die Ermittler trafen erneut in Jasons Wohnung ein. Bei einer erneuten Inspektion konnten sie schnell herausfinden, warum er gelogen hat. Als die Ermittler sein Zimmer betraten, sahen sie auf seinem Nachttisch als erstes eine pulverförmige Substanz, die an illegale Substanzen erinnerte. Nach einer Überprüfung konnten sie bestätigen, dass es sich tatsächlich um eine verbotene Substanz handelte. Da die Ermittler wussten, dass er sein persönliches Fahrzeug benutzte, baten sie darum, es zu sehen. Als das forensische Team die Garage betrat, roch es sofort einen Verwesungsgeruch, der mit nichts anderem verwechselt werden konnte. Er kam aus dem Kofferraum von Jasons schwarzem Audi. Die Polizei vermutete eine Leiche im Auto, aber ihre Befürchtungen bestätigten sich nicht. Der Innenraum war leer. Dennoch roch es im Auto deutlich nach Verwesung und die Spuren sahen verdächtig nach Blut aus. Von ihnen ging der charakteristische Geruch aus, der durch die Hitze noch verstärkt wurde. Es wurden Proben an das Labor geschickt. Die Forensiker verwendeten Luminol und ultraviolettes Licht. Sobald sie diese einschalteten, leuchtete der gesamte Kofferraum blau auf. Außerdem stellte die Polizei fest, dass die Stoßstange des Audi beschädigt war. Sie war abgerissen und lag im Inneren des Autos. Offenbar hatte der junge Mann nach einem Unfall keine Zeit mehr, sie zu reparieren. Die Polizeibeamten waren sich sicher, dass dies mit dem Blut im Kofferraum zusammenhing. Trotz alledem behauptete Jason weiterhin, er wisse nicht, wo seine Geliebte sei. Er behauptete, er sei bei einem Ausflug im Schlamm stecken geblieben und habe die Stoßstange abgerissen, als er ausstieg. Zu dem Vorhandensein illegaler Substanzen im Haus und der großen Menge Blut im Kofferraum konnte sich der Hauptverdächtige jedoch nicht äußern. Angesichts der gefundenen Fußabdrücke stufte die Polizei den Fall sofort von einem Verschwinden in einen Mordfall um. Gary wurde mitgeteilt, dass er seine Tochter wahrscheinlich nie wieder lebend sehen würde. Nach der Menge des Blutes im Kofferraum des Autos des Verdächtigen zu urteilen, war die junge Frau tot. Jason Lowe wurde wegen des Besitzes von illegale Substanzen verhaftet und sofort in Gewahrsam genommen, damit der junge Mann nicht entkommen konnte, bis die Polizei handfestere Beweise hatte, um ihn des Mordes an Jesse zu beschuldigen. Dazu musste natürlich die Leiche des Opfers gefunden werden. Die Ermittler riefen den jungen Mann in den Verhörraum und zeigten ihm ein Foto der ermordeten Frau, das er nach eigenen Angaben mehr als das Leben liebte. Jason zeigte Emotionen, die weit von den Gefühlen entfernt waren, die er vor seiner Verhaftung beschrieben hatte. Der Mann wirkte irritiert, emotionslos. Er starrte kalt auf das Foto der Vermissten und behauptete weiterhin, er wisse nicht, wo sie sei. Trotz zahlreicher Befragungen gelang es nie, den Hauptverdächtigen zu entlarven. Die texanische Staatsanwaltschaft war jedoch in der Lage, eine Mordanklage zu erheben, auch wenn es keine Leiche gab. Dies erschwerte jedoch die Arbeit der Gerichtsmediziner erheblich. Es musste nachgewiesen werden, dass die gefundene Blutmenge ausreichte, um die Frau als tot zu betrachten. Es wurden weitere belastende Beweise benötigt und es war äußerst schwierig, die Leiche ohne ein Geständnis des Mörders zu finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach könnte der Täter tatsächlich sein Fahrzeug beschädigt haben, als er die Leiche der Frau an einen verlassenen Ort brachte. Aber Texas ist ein ziemlich großer Staat. Es gibt eine große Anzahl von Flüssen und Seen, weite Felder und Wälder. Daher befürchteten die Ermittler ernsthaft, dass die Leiche der Verstorbenen nie gefunden werden würde. In dieser Zeit veranstaltete die Familie des Opfers eine Gedenkfeier zu ihren Ehren. Alle Verwandten kamen an den Strand, um sich zu verabschieden, da sie glaubten, dass es keine Chance mehr gab, sie lebend zu finden. Die Menschen beteten nur für eines, Jesse zu finden und den Schurken hinter Gitter zu bringen. Am 19. Mai, fast drei Wochen nachdem die Frau das letzte Mal lebend gesehen wurde, hat sich der Fall schlagartig vom toten Punkt bewegt. Dank der Aussage eines Informanten hatten die Polizeibeamten allen Grund zu der Annahme, dass Jesses Überreste auf einer abgelegenen Ranch im Landesinneren versteckt waren. Die Familie des Opfers wurde nicht über die Quelle der Information informiert, aber die Polizeibeamten behaupteten, sie sei glaubwürdig. In den Abendstunden trafen die Polizeibeamten auf der abgelegenen Ranch in dem Bauerndorf ein. Dort begannen sie sofort mit der Durchsuchung der örtlichen Felder. In erster Linie suchten sie nach Hinweisen auf das liegen gebliebene Fahrzeug. Schon bald fand die Polizei eine tiefe Spurrille, die die Räder hinterlassen hatten. An deren Ende fanden sie einen mit Schlamm vermischten Müllhaufen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen improvisierten Grabstein handelte. Die Polizei witterte einen fast unerträglichen Verwesungsgeruch und grub das Loch aus. Darin fand man die Leiche der Frau, die notdürftig in ein blaues Laken eingewickelt worden war. Der Müll sollte das Grab verbergen. Aber im Gegenteil, er hatte nur Aufmerksamkeit erregt. All dies wurde nachlässig am Rande des Feldes organisiert, woraufhin der Täter den Ort in aller Eile verließ. Offensichtlich handelte es sich um einen Amateur. Der Täter entsorgte die Leiche zusammen mit ein paar Handtüchern und einer Decke, die Blutspuren des Opfers aufwiesen. Der Zustand der Leiche war äußerst schlecht. Während einer Woche, die sie in einem Müllhaufen in sengender Hitze verbracht hatte, waren die Überreste stark verwest. Der Gerichtsmediziner brauchte sieben Tage, um die Leiche offiziell zu identifizieren. Dies war nur aufgrund von Zahnmaterial möglich. Wie die Ermittler vermuteten, handelte es sich um Jesse. Fachleute erkannten ihren Tod als Mord. Aufgrund des schlechten Zustands der Leiche waren sie jedoch nicht in der Lage, die genaue Ursache zu benennen. Zur Beerdigung der jungen Schönheit kamen etwa tausend Menschen. Natürlich waren es nicht nur ihre Familie und Freunde, aber dieser aufsehenerregende Fall zog eine große Zahl von Menschen an, die aufrichtig mit dem Verlust eines liebenden Vaters mitfühlten und kamen, um den Mann zu unterstützen. Gary verbrachte das nächste Jahr damit zu trauern, während der Hauptverdächtige hinter Gittern auf seine Anhörung wartete. Er wurde in McKean, Texas, in Gewahrsam genommen und des Mordes angeklagt. Jason konnte sich einen erfahrenen Anwalt leisten, der seit über 42 Jahren als Strafverteidiger tätig war. Er bestand darauf, dass sein Mandant des Mordes unschuldig war, insbesondere, weil der junge Mann keine Vorstrafen hatte. Es war von Anfang an klar, dass Jason alles andere als ein Vorbild war, aber das hielt ihn nicht davon ab, zu versuchen, seinen Namen reinzuwaschen. In der Zwischenzeit ging der Vater des Opfers auf seine eigene Weise mit dem Verlust um. Er wartete auf Gerechtigkeit, aber die Ereignisse gingen ihm nicht schnell genug. Eines Tages druckte er aus Wut ein Foto des Mörders seiner Tochter aus, legte es auf einen Baumstumpf vor seinem Haus und schlug mehrmals mit einem Vorschlaghammer darauf ein. Der Mann war bereit, dies mit dem wahren Täter zu wiederholen, wenn dieser auf freiem Fuß sei. Gary hielt sich mit aller Kraft fest. Er wollte, dass der Jason vor Gericht gestellt wurde und die Strafe erhielt, die er für den Mord an seiner einzigen Tochter verdiente. Im August 2017 kamen die Ermittler zu Jason Lowe in die Zelle. Sie wollten mit dem Angeklagten vor laufender Kamera sprechen, aber er weigerte sich mit der Begründung, er wolle seine Geschichte für die Geschworenen aufheben. Der Mann glaubte wirklich, dass er sich dadurch selbst entlasten könnte. Die Staatsanwaltschaft hatte also keine Ahnung, womit sie vor Gericht zu kämpfen haben würde. Es war notwendig, jede Gelegenheit zu nutzen, um ihre Taktik zu verfeinern, da die Staatsanwaltschaft nicht einmal genau wusste, wie die Frau gestorben war. Der Fall wies große Lücken auf, sodass der Angeklagte eine echte Chance hatte, der Justiz zu entkommen. Um an der Taktik der Staatsanwaltschaft zu arbeiten, wurde ein Scheinprozess organisiert, bei dem viele Schwächen der Staatsanwaltschaft deutlich wurden. Während der zahlreichen Probeverhandlungen wurden mehrere Verteidigungs- und Gegenargumente geprüft. Die Staatsanwaltschaft glaubte, dass die Frau bis zuletzt nicht an die dunkle Seite ihres Freundes glaubte. Garys Vater war überzeugt, dass ihre Beziehung nichts Gutes erwarten ließ. Er schilderte detailliert, was sich seit Monaten abgespielt hatte. Es sah alles nach der strengen Kontrolle eines manipulativen Mannes aus. Er hatte keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass Jason Gewalt gegen Jesse anwenden würde. Die Kommunikationsprobleme beunruhigten den Mann jedoch. Ein paar neue Zeugen wurden auf die Seite der Anklage gebracht, Freunde der Frau, die sie in Texas kennengelernt hatte. Es handelte sich um ein ruhiges Paar, die ihre Nachbarn waren. Sie wirkten ein wenig schüchtern, aber sie waren die einzigen, die die Frau lebend gesehen hatten. Sie waren neben ihrem Freund die einzigen, die vor ihrem Verschwinden mit ihr zu tun gehabt hatten. Laut Zeugenaussagen vertrauten sie dem Paar, dachten, sie seien glücklich und liebten sich wirklich. Die Nachbarn waren über das Wochenende verreist. Sie fuhren am 1. Mai in die Stadt und sprachen Jesse an, um ihn zu bitten, bis zu ihrer Rückkehr auf den Hund aufzupassen. Als das Paar zurückkehrte, schien alles normal zu sein, auch wenn sie die Frau nicht gesehen hatten. An ihrer Stelle gab Jason ihnen die Schlüssel und den Hund zurück und teilte ihnen mit, dass die Frau beschäftigt sei. Er erzählte ihnen nichts von Jesses Verschwinden oder irgendwelchen Problemen und tat so, als sei alles in Ordnung. Aber sie fanden es verdächtig, dass die Frau verschwunden war. Ein paar Tage später erfuhren die Zeugen, dass Jason wegen Mordverdachts verhaftet werden sollte. Da waren sie sich sicher, dass der junge Mann nicht unschuldig war. Die Polizeibeamten schlugen den Nachbarn vor, ihren Freund im Gefängnis aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Sie boten an, eine Abhöranlage zu installieren und den Kumpel dazu zu bringen, über den Vorfall zu sprechen. Die Polizeibeamten glaubten, dass dies zusätzliche Informationen für die Ermittlungen liefern könnte. Die Ermittler ahnten nicht, dass ihr Plan aufgehen würde und der Freund eines der stärksten Beweisstücke für Jasons Beteiligung an Jesses Mord liefern würde. In einem vertraulichen Gespräch gestand er seinem Freund, dass er tatsächlich zum Zeitpunkt des Todes der Frau dabei gewesen war, es sich aber um einen Unfall handelte. Diese Worte wurden automatisch als Geständnis eines Verbrechens gewertet, wenn auch eines geringeren als eines vorsätzlichen Mordes. Zumindest war es eine Bestätigung dafür, dass er gelogen hatte und auf jeden Fall war es ein wichtiges, unwiderlegbares Beweisstück, das der Staatsanwaltschaft vorlag. Später versuchten die Anwälte, es anzufechten und seine Verwendung in der Verhandlung zu verbieten, was ihnen jedoch nicht gelang. Als der Tag der Verhandlung schließlich kam, war Gary bereits in Texas. Er schien entschlossen, eine gerechte Strafe für den Verbrecher zu bekommen, der das Leben seiner geliebten Tochter genommen hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war Jason ein gestörter junger Mann mit einer langen Geschichte des Missbrauchs illegaler Substanzen. Obwohl er nicht vorbestraft war, hatten seine Bekannten gemischte Meinungen über ihn. Er hatte praktisch keine Freunde und wurde von vielen gemieden. Jason war unkontrollierbar und wurde nach dem Drogenkonsum leicht gewalttätig. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden konnte er sich bei einem dieser Vorfälle nicht beherrschen und tötete Jesse. Der junge Mann neigte zu manipulativem Verhalten und kontrollierte die Frau auf jede erdenkliche Weise. Es ist möglich, dass sie ihren Fehler erkannte und versuchte, die Beziehung abzubrechen, um zu ihrem Vater zurückzukehren. Leider kostete sie das ihr Leben. Um diese Version der Polizei zu bestätigen, fanden zwei Ex-Freundinnen Jason. Beide bestätigten die Aussagen der Staatsanwaltschaft. Der Manipulator war bei ihnen ebenfalls so darauf, die Verbindung dieser Frauen zu ihren Familien abzubrechen, brachte sie weit weg und verbot die Kommunikation komplett. Er war extrem eifersüchtig und konnte bei jeder Gelegenheit die Beherrschung verlieren. Misstrauen war ein besonders akutes Problem und er konnte eine Frau ungerechtfertigter Weise des Betrugs beschuldigen und griff sie oft an. Beide Ex-Freundinnen gaben zu, dass sie wiederholt Opfer seiner Übergriffe wurden. Sie brachen daraufhin die Beziehung zu ihm ab und liefen weg. Jedes Mal geriet er in Rage, wenn sie versuchten, ihn zu verlassen, aber wie durch ein Wunder entgingen beide Jesses Schicksal. Der Staatsanwaltschaft zufolge tötete Jason die Jessie zwischen dem 1. und dem 3. Mai, wahrscheinlich an dem Tag, an dem die Nachbarn sie zum letzten Mal lebend gesehen hatten. Anschließend bewahrte er die Leiche mehrere Tage lang im Kofferraum seines Autos auf, bevor er sie auf einem abgelegenen Bauernhof entsorgte. Die Blutspuren im Auto stammten von der Verstorbenen. Ein Handtuch und eine Decke, die bei der Leiche gefunden wurden, dienten als Beweismittel. Das Laken, in das die Leiche eingewickelt war, erwies sich als der Laken von Jason, die in der Wohnung des jungen Mannes gefunden wurde und die er auch nach dem Massaker an seiner Geliebten weiterbenutzte. Die Verteidigung versuchte auf jede erdenkliche Weise, das Bild des Mörders zu beschönigen und seine Unschuld zu beweisen. In seiner persönlichen Ansprache sagte Jason, dass er im Alter von 13 Jahren mit dem Drogenkonsum begonnen habe, allerdings nicht aus freien Stücken, sondern weil seine Freunde ihn dazu gezwungen und süchtig gemacht hätten. Gleichzeitig blieb der Angeklagte ein zielstrebiger und ehrgeiziger Kerl. Er arbeitete in einem fortschrittlichen technischen Unternehmen und verdiente gutes Geld. Er studierte und strebte nach einem besseren Leben. Der junge Mann gab vor den Geschworenen zu, dass er vorhatte, mit Jesse eine Familie zu gründen und ein Haus zu kaufen, und er bezeichnete die Tragödie als einen Unfall. In der Verhandlung erzählte er schließlich seine Version des Geschehens, die alle verblüffte. Eines Abends nahmen er und seine Freundin Pillen, die die Libido und die Lust steigern. Danach hatten sie eine intime Beziehung. Dabei rutschte Jesse aus und stürzte. Sie schlug mit dem Kopf hart gegen den Rand der Badewanne. Jesse setzte sich mühsam auf, wobei sie sich den Kopf hielt und wiederholte, dass ihr schlecht sei. Er half ihr heraus und wollte einen Krankenwagen rufen, aber sie redete ihm das aus. Sie sagte, sie wolle ins Bett gehen und es würde vorbeigehen. Das taten sie dann auch. Und am Morgen fand Jason sie tot im Bett. Es brach ihm das Herz, wie er selbst zugab. Er befand sich in einem Schockzustand. Der junge Mann versuchte, die Frau zur Vernunft zu bringen und schlug ihr dafür auf die Wangen. Doch sie war tot. Da er Angst hatte, die Polizei zu rufen, um nicht des Mordes beschuldigt zu werden, beschloss er, die Leiche zu beseitigen, wusste aber nicht, wie. Nach dem Geständnis des jungen Mannes kam an diesem Tag ein Verkäufer von illegalen Substanzen zu ihm. Der Angeklagte erzählte ihm, was geschehen war, und er half ihm. Gemeinsam wickelten sie die Leiche in ein blaues Laken und versteckten sie dann im Kofferraum des Audi. Später versteckte er sie auf dem Bauernhof. Es war nie möglich, die Beteiligung einer unbefugten Person zu bestätigen. Dieses Geständnis hat jedoch die Position des Anklägers stark geschwächt. Das weitere Verhalten des Angeklagten entsprach jedoch ganz und gar nicht den seelischen Ängsten eines Mannes, der seine Geliebte verloren hatte. Während die Leiche im Kofferraum des Fahrzeugs zu verwesen begann, traf sich Jason mit anderen Frauen, knüpfte Kontakte, ging mit ihnen aus und hatte sogar Sex mit ihnen. Die Ermittler fanden entsprechende Beweise auf seinem Handy. Jason trieb sich herum und tauschte intime Fotos mit mehreren Freundinnen gleichzeitig aus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollte der Täter die Kopfverletzungen, die Gerichtsmediziner bei Jesse feststellten, durch Schläge auf die Wangen rechtfertigen. Natürlich hätte er mit solchen Schlägen nicht versuchen können, sie zur Vernunft zu bringen. Der Staatsanwalt war überzeugt, dass die Verletzungen mit den Schlägen vor dem Mord zusammenhingen und die ganze Geschichte eine Lüge war. Dann wurde enthüllt, wer der geheimnisvolle Informant war, der die Ermittler zur Leiche der Frau geführt hatte. Es war tatsächlich Jason selbst. Die Verteidigung nutzte diesen Umstand, um ihn von seiner Schuld freizusprechen. Er tat dies jedoch nicht aus Reue oder Mitleid, sondern wollte lediglich die Höchststrafe vermeiden. Aus diesem Grund ließ sich der junge Mann noch auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Wenn er sich schuldig bekannte, konnte er nur die Hälfte der Höchststrafe erhalten, also 50 statt 99 Jahre. Am Ende erhielt Jason Lowe die Strafe des entsprechenden Deals. 50 Jahre Gefängnis. Er würde im Jahr 2041 auf Bewährung entlassen werden. Der Mörder wurde wiederholt von Journalisten aufgesucht, die hofften, Licht in die Lücken des Falles zu bringen. Aber er wollte keine Einzelheiten nennen und beharrte weiterhin darauf, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. An einem kalten Januarnachmittag, dem 7. Januar 2022, parkte in der Stadt Hobbs im Bundesstaat New Mexico, USA, nahe der Ostgrenze des Staates zu Texas, eine Gruppe von drei Personen ihren Pick-up-Truck hinter einem örtlichen Einkaufszentrum. Es handelte sich um zwei Männer und eine Frau. Sie wollten die Müllcontainer durchwühlen, um Wertgegenstände zu finden, die sie verkaufen wollten. Die Frau blieb im Fahrzeug, während die beiden Männer den Inhalt der Mülltonnen durchsuchten. Während sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten, bemerkten die Männer ein kaum hörbares Weinen. Zunächst dachten die Männer, das Geräusch käme von einem Kätzchen oder einem Welpen, den jemand weggeworfen hatte. Sie machten sich auf die Suche nach der Quelle des Geräuschs und in der nächsten Tüte, die sie herauszogen, machten sie eine schreckliche Entdeckung. Aus ihr kam das Weinen eines Säuglings. Als die Frau das Weinen des Babys hörte, stieg sie aus dem Fahrzeug aus. Sie öffnete die Tüten und war schockiert über das, was sie fand. Es war ein neugeborenes Baby. Die Frau nahm den Säugling sofort an sich, um ihn zu untersuchen und warm zu halten. Sie wählte sofort den Notruf und berichtete, dass sie das Neugeborene in einer Mülltonne gefunden hatte. Es handelte sich um einen kleinen Jungen, der zum Glück noch lebte und anscheinend unverletzt war. Obwohl das Wetter kühl war und die Temperatur an diesem Abend um die 12 Grad Celsius betrug, fragte der Disponent, ob das Baby Kleidung anhabe, da die Gefahr einer Unterkühlung bestehe. Die Frau antwortete, dass sie das Baby nur in ein Handtuch gewickelt vorfand, ohne jegliche Kleidung. Für Kinder ist dieser Zustand besonders gefährlich, da sie viel schneller Wärme verlieren als Erwachsene. Außerdem drohen schwere Entwicklungsstörungen. Der Nothelfer bat die Frau, das Kind mit diesem Handtuch und einigen Kleidungsstücken zuzudecken und es so gut wie möglich warm zu halten. Die Frau war gerade dabei, dies zu tun, der Junge war tatsächlich sehr kalt, schien schwach und hatte noch eine Nabelschnur. Die Mutter hatte ihn sofort nach der Geburt weggeworfen. Sie brachte das Baby bei laufendem Klima in ein Auto und versuchte mit aller Kraft, es aufzuwärmen, bevor das Rettungsteam eintraf. Die Polizei und der Krankenwagen reagierten sofort auf den Notruf und trafen einige Minuten später, gegen 20 Uhr, vor Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Temperatur des Säuglings bereits gefährliche 36 Grad. Den Polizeibeamten fiel auf, dass zwei Männer außerhalb des Pickups auf Hilfe warteten, während sich nur eine Frau mit dem Baby im Wagen befand. Die Sanitäter untersuchten das Neugeborene. Der Junge war sehr blass und in ein rosa Handtuch gewickelt. Die Frau saß im Fahrzeug und versuchte, das Baby warm zu halten, indem sie es unter ihrer Jacke verbarg. Sein gesamtes Handtuch war mit Blut beschmiert. Die Sanitäter stellten außerdem fest, dass das Baby noch eine Nabelschnur hatte. Das Neugeborene wurde mit deutlichen Anzeichen von Unterkühlung sofort in ein örtliches Krankenhaus gebracht und behandelt. Anschließend wurde das Baby mit dem Flugzeug in ein Krankenhaus in Lobox, Texas gebracht, das über eine modernere Intensivstation verfügte. Dort erhielt das Neugeborene eine Bluttransfusion und wurde an eine Ernährungssonde angeschlossen. In der Zwischenzeit galt es, die Mutter des ausgesetzten Babys zu identifizieren. Polizeibeamte sahen sich in der Gegend um die Mülltonnen um, wo das Neugeborene nur durch einen glücklichen Zufall gerettet werden konnte. Den Beamten fielen die Überwachungskameras des Einkaufszentrums in der Nähe der Mülltonnen auf und sie forderten das Bildmaterial an. Ein Sicherheitsbeamter des Einkaufszentrums bestätigte, dass die Kameras die Umgebung einschließlich der besagten Mülltonnen filmten und dass die Kameras zu diesem Zeitpunkt in Betrieb waren. Er erklärte sich bereit, sich mit der Polizei zu treffen und ihr Zugang zu den Aufnahmen zu gewähren. Der Angestellte des Einkaufszentrums erwartete ein kurzes Treffen mit der Polizei. Er war sich nicht einmal bewusst, was passiert war. Dutzende von Beamten waren jedoch bereits vor Ort und suchten nach Hinweisen. Der Beamte war schockiert, als er erfuhr, dass ein Baby in eine Mülltonne geworfen worden war. Die Gesetzeshüter sahen sich etwa fünf Stunden lang Filmmaterial an, bis sie die Frau ausfindig machen konnten, die das Neugeborene brutal entsorgt hatte. Ihr Auto hielt am Nachmittag an drei Müllcontainern an. Die Frau stieg seelenruhig aus ihrem Auto aus, holte ihre Babytasche vom Rücksitz und warf sie in die Mülltonne. Danach kippten die Menschen dort unbewusst mehr als fünf Stunden lang volle Müllsäcke auf ihn, ohne dass jemand das Neugeborene auch nur hörte oder sah. Wie durch ein Wunder wurde das Baby nicht zerquetscht, erfroren oder erstickt. Die Aufnahmen, die im Internet veröffentlicht wurden, verbreiteten sich schnell. Dank der hohen Auflösung der Überwachungskamera konnte die Polizei das Auto der Frau identifizieren, die das Baby am Tag auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in einen Mülleimer geworfen hatte. So konnte die Täterin identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um die 17-jährige Alexis Avila handelte. Auf dem Video ist nicht nur ihr Auto, ein weißer Volkswagen Jetta, zu sehen, sondern auch das Gesicht der gescheiterten Mutter. Das Auto wurde von einer Polizeistreife schnell ausfindig gemacht, bevor der Besitzer direkt kontaktiert wurde. Als die Polizeibeamten an der Tür des Hauses von Alexis auftauchten, war sie verschwunden. Also sprachen die Beamten mit ihrer Mutter, der 47-jährigen Martha. Die Frau hatte keine Ahnung, dass ihre Tochter schwanger gewesen war. Es war das erste Mal, dass sie davon hörte, und sie konnte nicht glauben, dass ihre Tochter schwanger war. Sie bemerkte jedoch, dass Alexis in den letzten Wochen unter besonders starken Rückenschmerzen litt, die sie regelmäßig heimsuchten. Aus diesem Grund konnte sie in dieser Zeit nicht einmal zur Arbeit und zur Schule gehen. Doch in diesem Moment dachte Martha nicht einmal daran, dass ihre Tochter schwanger sein könnte. Während die Polizei im Haus war und sich mit der Mutter der Täterin unterhielt, kam Alexis zu dem Haus. Als sie vor der Tür stand, versuchte Martha zunächst, sie davon abzuhalten, mit der Polizei zu sprechen. Die Ermittler machten ihr jedoch klar, dass die Situation sehr ernst sei und ihr eine Verhaftung drohe. Nach kurzer Überredung willigte Alexis' Mutter ein, ihre Tochter zur Untersuchung und anschließend zur Vernehmung ins Krankenhaus zu bringen. Die Polizei beschlagnahmte auch das Auto des Mädchens, um es zu untersuchen. Die Untersuchung von Alexis in der Klinik bestätigte die Befürchtungen der Ermittler. Sie hatte tatsächlich vor kurzem entbunden. Die unverheiratete Mutter hatte große Ähnlichkeit mit der Frau auf den Videoaufnahmen, die das Baby in einen Mülleimer geworfen hatte. Die Polizeibeamten, die sie befragten, versuchten, sie zu einem offenen Gespräch zu bewegen. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie bereits, dass sie tatsächlich vor kurzem entbunden hatte. Das Baby war jedoch weder zu Hause, noch hatte jemand aus der Familie etwas von ihr gehört. Niemand wusste überhaupt, dass sie schwanger war. Die Ermittler fragten, was die Rückenschmerzen des Mädchens in den letzten Wochen verursacht haben könnte. Sie brachten sie dazu, ein Geständnis abzulegen. Doch so schnell wollte sie nicht aufgeben. Alexis erzählte von dem Autounfall, in dem sie vor ein paar Monaten, im September 2021, verwickelt gewesen war. Obwohl es lange vor den tragischen Ereignissen passiert war, hatte sie angeblich immer noch starke Schmerzen. Doch der Ermittler fand schnell eine Schwäche bei der jungen Kriminellen. Alexis erkannte, dass die Lage sehr ernst war und dass es für sie selbst besser wäre, wenn sie mit den Ermittlern zusammenarbeiten würde. Immerhin waren sie ihr bereits auf der Spur. Die Verdächtige änderte daraufhin ihren Tonfall und begann ruhiger zu sprechen. Sie wählte ihre Worte eindeutig so, dass sie sich vor dem Hintergrund des Verbrechens in ein besseres Licht rückte. Alexis erzählte, dass ihre Mutter sie wegen ihrer Rückenprobleme nur wenige Tage vor der Tragödie ins Krankenhaus gebracht hatte und zur Arbeit ging. Im medizinischen Zentrum wurde sie mit Medikamenten versorgt, die jedoch nicht halfen, obwohl es sich um ein ziemlich starkes Schmerzmittel handelte. Die Ärzte baten sie darauf hin, ihren Urin untersuchen zu lassen. Dabei stellte sich heraus, dass sie schwanger war. Nach ihren eigenen Worten kam dies für sie völlig überraschend. Alexis ging allein in das medizinische Zentrum, sodass es ihr gelang, die Wahrheit vor Martha zu verbergen. Beide Elternteile waren zu dieser Zeit auf der Arbeit. So hatte die werdende Mutter Zeit, über die Situation nachzudenken. Alexis hatte Angst, ihrer Mutter von ihrer Situation zu erzählen und beschloss, die Schwangerschaft zu verheimlichen. Dennoch begann Alexis, sich durch ihre Aussage zu wühlen und versuchte es so aussehen zu lassen, als hätte sie nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst, bis es zu spät war. Aber das war schwer zu glauben. Ihre Eltern hatten sie schon früher regelmäßig wegen Rückenproblemen ins medizinische Zentrum gebracht. Fast jeden Monat. Alexis hätte also schon viel früher von ihrer heiklen Situation erfahren müssen, als sie behauptete, Zu den Standardverfahren. Bei der Untersuchung eines Patienten gehört die Entnahme einer Urinprobe, die nach den Vorschriften eines jeden Gesundheitszentrums auch auf Schwangerschaft getestet wird. Es war also nicht möglich, dass sie bis zur letzten Minute im Dunkeln tappte. Sie hätte bereits in einem frühen Stadium wissen müssen, dass sie schwanger war. Die Befragten versuchten jedoch, diese Argumente zu widerlegen. Es gelang der Polizei, Zeugen zu finden, die ihre Vermutung bestätigten. Mehrere Freundinnen und Freunde des Mädchens gaben an, dass sie ihnen schon lange vor dem Zeitpunkt, an dem sie der Polizei davon erzählte, von ihren Schwangerschaftssorgen erzählt hatte. Außerdem behauptete Alexis, dass sie selbst nach der Benachrichtigung im Krankenhaus keine Ahnung vom Geburtstermin hatte. Das könnte stimmen, denn es gibt verschiedene Varianten von Tests und nicht jeder von ihnen zeigt einen genauen Fälligkeitstermin an. Die Teenagerin wurde einfach darüber informiert, dass sie ein Baby bekommt und ging nach Hause. Auf diese Weise haben die Polizeibeamten die Verdächtige bei einer Lüge ertappt. Es genügt darauf hinzuweisen, dass sich ihre Periode verzögert hat. Und ein Mädchen in ihrem Alter konnte das nicht ignorieren. Außerdem lebte sie eindeutig ein sexuelles Leben und konnte sich der möglichen Folgen nicht entziehen. Angesichts dieser Tatsachen erschien das, was Alexis sagte, unplausibel. Es war nur ein Teil der Wahrheit, aber mit einer verzerrten Zeitlinie. Offensichtlich versuchte sie nur, sich selbst zu schützen. Alexis verriet, dass sie einen Teilzeitjob hatte und außerdem die Highschool besuchte. Ein paar Wochen vor der Geburt fühlte sie sich jedoch deutlich schlechter. Daher besuchte sie keine Kurse und ging nicht zur Arbeit. Am Tag der tragischen Ereignisse wachte das Mädchen mit einer Schmerzattacke in ihrem Unterleib auf. Sie fühlte sich schon den ganzen Abend zuvor schlecht und auch in der Nacht hatte sie Probleme, auf die Toilette zu gehen. Also ging ihr Vater zur nächsten Apotheke und holte ein Medikament. Es handelte sich um eine Art Abführmittel, an dessen Namen sich Alexis nicht mehr erinnern konnte. Die ganze Nacht über versuchte sie auf die Toilette zu gehen und dann schlief sie für kurze Zeit ein. Dann würde sich alles im Kreis wiederholen. Im Gespräch mit der Polizei vermied die junge Täterin das Thema Geburt so lange, bis die Ermittler sie direkt darauf ansprachen und betonten, dass es sich um ein Verbrechen handele. Die Ermittler gaben ihr offen zu verstehen, dass sie wussten, dass sie entbunden hatte. Sie interessierten sich für den Ort und die Einzelheiten, wie es dazu gekommen war. Für die Ermittlungen war es wichtig, die gesamte Ereigniskette vor und nach der Geburt zu erfassen. Laut Alexis stand sie am Morgen wieder auf und ging auf die Toilette, wo das Baby geboren wurde. Es stellte sich heraus, dass sie die ganze Nacht Wehen gespürt hatte, die sie für normale Unterleibsschmerzen hielt. Alexis merkte nicht sofort, dass sie entbunden hatte, aber als sie begriff, was geschehen war, verfiel sie in extreme Panik. Es war nur ein Monat vor ihrem 18. Geburtstag. Sie hatte Angst, es ihrer Mutter zu sagen, auch wenn sie nicht wusste, was sie tun sollte. Die frisch gewordene Mutter brauchte dringend einen Rat, aber ihre Angst, von ihren Eltern verurteilt zu werden, war stärker, also sagte sie es ihrer Mutter und ihrem Vater nicht. In ihrer Panik versuchte Alexis einfach, den Säugling in der Toilette herunterzuspülen. Das schlug natürlich fehl. Sie hatte Angst, dass ihre Eltern sie hassen würden, was typisch für solche Fälle ist. Viele Mädchen, die früh schwanger werden, machen sich gar keine Sorgen um das Schicksal ihrer Kinder, sondern fürchten den Zorn von Mutter und Vater. In Alexis' Familie stand sie unter der völligen Kontrolle einer strengen Mutter, was sogar dem Personal des Krankenhauses auffiel, in das sie ihre Tochter wegen Rückenproblemen regelmäßig begleitete. Alle betonten, dass die Frau jeden Schritt ihrer Tochter kontrollierte. Dies mag zum Teil daran gelegen haben, dass Alexis das älteste Kind der Familie war. Ihre Mutter und ihr Vater waren der Meinung, dass sie ein Vorbild für die jüngeren Nichten und Neffen sein sollte und stellten daher hohe Anforderungen an sie. Alexis setzte ihre Geschichte im Verhör fort. Nachdem sich die junge Mutter in der Situation zurechtgefunden hatte, nahm sie das Baby aus der Toilette und wickelte es in ein Handtuch. Anschließend reinigte sie das Badezimmer gründlich und entfernte alle Blutspuren. Der Ermittler fragte sie, ob sie daran gedacht habe, sich anstelle ihrer Familie an die zuständigen Behörden zu wenden. Sie hätte beispielsweise den Krankenwagen oder die Polizei rufen können. Warum hatte sie das nicht getan? Alexis antwortete, dass sie Angst vor der Öffentlichkeit hatte. Selbst der Gedanke, es einem geliebten Menschen zu sagen, machte ihr Angst und zu einem Fremden zu gehen, kam nicht in Frage. Den Ermittlern wurde jedoch klar, dass die ganze Situation nicht spontan war. Die junge Mutter hatte schon vorher von ihrer Situation gewusst und hatte viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten und sich einen Aktionsplan zu überlegen. Alexis sah nicht dumm aus und ihre Worte ließen erneut Zweifel aufkommen. Eigentlich hätte sie schon lange vor den Arztterminen ahnen müssen, dass etwas nicht stimmt. Es ist üblich, dass Frauen während der Schwangerschaft eine Reihe von Veränderungen durchmachen, die mit vielen Dingen zu tun haben, von Latenz und Toxizität bis hin zu Änderungen der Essgewohnheiten und des Lebensstils. Für die meisten ist eine Gewichtszunahme unvermeidlich, ebenso wie ein exorbitanter und manchmal extravaganter Appetit. Die befragte Person behauptete, dass ihr nichts dergleichen passiert sei, außer dass sie angefangen habe, etwas mehr zu essen. Da sie einen aktiven Lebensstil führte, führte sie dies auf das Auffüllen der Körperreserven zurück. Nachdem sie das Badezimmer geputzt hatte, nahm Alexis das Baby auf, steckte es in ihre Tasche, trug es nach draußen und legte es auf den Rücksitz des Autos. Dann setzte sich die junge Mutter hinter das Steuer und fuhr vom Haus weg in Richtung des Einkaufszentrums. Sie fuhr bis zur Rückseite des Zentrums, wo die Müllcontainer standen. Alexis vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war und warf das Baby in die Mülltonne. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie von Überwachungskameras aufgezeichnet, wodurch die Täterin identifiziert werden konnte. Die leibliche Mutter behauptete, dass alles, was geschah, wie ein Nebel für sie war. Sie wusste nicht, was sie tun sollte und geriet in Panik. Sie wollte das Baby nur so schnell wie möglich loswerden. An die Kameras hat sie zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht gedacht. Alexis benutzte während des Verhörs mehr als einmal verallgemeinernde Worte. So vermied sie es, das Ausmaß ihrer Untat präzise zu beschreiben. Sie vermied das Wort Mülleimer und zog es vor, Ausdrücke wie weggeworfen oder verlassen zu verwenden und sprach von dem Baby, als sei es ein Ding und keine lebende Person. Dies ist eine psychologische Abwehrreaktion, bei der der Täter versucht, seine Schuld herunterzuspielen und sich vor Gewissensbissen zu schützen. Für die Ermittler waren jedoch konkrete Geständnisse notwendig und gleichzeitig musste man mit einer 17-Jährigen behutsam umgehen. Gegen Ende des Verhörs fragten die Beamten das Mädchen, warum sie solche Angst vor ihren Eltern habe. Alexis sagte, das habe alles mit ihrem Alter zu tun. Da sie noch minderjährig war, erschien ihr eine Schwangerschaft wie eine leichtsinnige Handlung, die ihre Familie verurteilen würde. Sie war immer noch ein Kind, das sich mit Problemen von Erwachsenen konfrontiert sah und einfach nicht die Kraft fand, um Rat zu fragen. In den Müllsäcken wurde ein Gummiband mit ihren Haaren gefunden. Das Mädchen gab zu, dass sie das Gummiband benutzt hatte, um den Sack zuzubinden, damit er fest verschlossen blieb. Nach einem langen Verhör gelang es den Ermittlern schließlich, das zu bekommen, worauf sie gehofft hatten. Ihr Geständnis Als Alexis merkte, dass sie das Verbrechen gestanden hatte, änderte sie ihren Tonfall und erzählte den Polizeibeamten aufgeregt, dass sie selbst noch ein Kind war und zu diesem Zeitpunkt noch keine 18 Jahre alt war. Sie war jedoch bereits alt genug, um zu erkennen, was geschah. Normalerweise wird dadurch eine Tragödie vermieden. Aber in Alexis' Fall hätte dies beinahe zum Tod eines Kindes geführt. Nach dem Verhör sagte sie immer wieder, sie sei in Panik gewesen. Sie sei noch keine 18 Jahre alt. Sie klammerte sich an ihr Alter wie an einen Rettungsanker, um einer harten Strafe zu entgehen. Alexis wurde von den Polizeibeamten gesagt, dass ihr Handeln wie durch ein Wunder den Tod ihres Babys verhindert habe und das sei das eigentliche Wunder. Die Handlungen der Angeklagten hätten zu einem baldigen Tod führen können, aber die Tragödie wurde dank Menschen vor Ort, die ihn im Müll fanden, vermieden. Doch selbst jetzt machte sich das Mädchen, das während des gesamten Verhörs ruhig und unparteiisch geblieben war, nur Sorgen um ihre wahrscheinliche Inhaftierung. Die nachlässige Mutter beteuerte weiterhin ihre Unschuld und behauptete, das Kind hätte die Tasche von innen aufbinden und fliehen können und es sei nicht ihre Schuld. Das war natürlich absurd. Dann behauptete sie, das Kind habe nach der Geburt nicht geatmet. Es gab jedoch mehr als ein Dutzend Zeugen, die ihn schreiend im Inneren des Containers sahen. Und dennoch überlebte der Junge. Niemand, der bei der Untersuchung anwesend war, konnte glauben, dass Alexis während der Geburt, der Reinigung des Badezimmers und der Fahrt zum Einkaufszentrum nicht einen einzigen Laut von sich gegeben oder geatmet hatte. Das Neugeborene konnte nicht schweigen, als seine leibliche Mutter es wie einen unerwünschten Gegenstand wegwarf. Der Polizeibeamte teilte dem Mädchen mit, dass sich das Baby derzeit in einem medizinischen Zentrum befinde, wo es behandelt werde und sein Leben nicht in Gefahr sei. Sie würde über den Zustand des Neugeborenen auf dem Laufenden gehalten werden, wenn der Fall voranschreite. Nach diesen Worten atmete Alexis auf und dankte dem Schicksal, dass das Unwiederbringliche nicht geschehen war. Die Ermittler bezweifelten jedoch, dass Alexis sich tatsächlich Sorgen um das Schicksal des Babys machte. Wahrscheinlich war sie nur erleichtert, dass sie nicht wegen Mordes angeklagt werden würde, was bedeutete, dass ihr eine geringere Strafe drohte. Während des Verhörs versuchten die Ermittler, die Aufrichtigkeit der Gefühle der fahrlässigen Mutter zu ermitteln, indem sie ihr mehrere Suggestivfragen stellten. Als sie diese jedoch beantwortete, zeigte sie sich erneut gleichgültig. Es war offensichtlich, dass sie nie versucht hatte, ihrem Sohn zu helfen, sondern nur ihre eigenen Ziele verfolgte. Selbst jetzt spielte sie nur die richtigen Gefühle und Reaktionen vor, die die Strafverfolgungsbehörden gerne sehen würden. Doch die erfahrenen Ermittler ließen sich nicht so leicht täuschen. Gleichzeitig fuhren die Ermittler fort, die Ereigniskette zu rekonstruieren, und einige Punkte blieben weiterhin vage. Nach Angaben der Befragten kehrte sie, nachdem sie das Neugeborene entsorgt hatte, einfach mit ihrem Auto nach Hause zurück. Es war niemand zu Hause. Hier vergewisserte sich Alexis noch einmal, dass das Badezimmer gut geputzt war. Kurze Zeit später kehrten ihre Eltern von der Arbeit zurück, und sie tat so, als sei nichts geschehen. Daher schöpften ihre Mutter und ihr Vater keinen Verdacht. Das Verhalten der trauernden Mutter war typisch für solche Fälle. Manche Frauen verdrängen die mit der Schwangerschaft verbundenen psychischen Reaktionen, indem sie sie einfach verleugnen. Laut Alexis hat sie sich, sobald sie erfuhr, dass sie schwanger war, einfach eingeredet, dass es keine Rolle spielt. Infolgedessen fühlen solche Mütter keine Bindung zu ihren Kindern. Dies erklärt das Verhalten der Teenagerin während des Verhörs. In dieser Phase ihrer Interaktion mit der Polizei wurde sie erneut gefragt, in welchem Monat genau sie von ihrer Schwangerschaft erfahren habe, woraufhin sie den August nannte, was in krassem Gegensatz zu ihrer anfänglichen Aussage stand, sie habe erst wenige Tage vor der Entbindung von ihrer Situation erfahren. Im nächsten Schritt beschloss die Polizei, herauszufinden, wer der Vater des Babys war. Alexis wusste genau, wer der biologische Vater des Jungen war. Ihr zufolge war es Steven, ein Junge aus der Schule, die sie besuchte. Er war etwa 16 oder 17 Jahre alt. Als sie jedoch erfuhr, dass sie schwanger war, hatten sie sich angeblich getrennt und sie hatte ihm und ihren Eltern nichts von ihrer Situation erzählt, weil sie wusste, dass sie das Kind gar nicht wollte. An einem Punkt verlor der Ermittler für einen Moment die Beherrschung. Er war empört über die Rücksichtslosigkeit der jungen Mutter. Nicht nur, dass sie schon lange vor der Geburt von ihrer Situation wusste, die nachlässige Mutter hatte das Baby auch noch auf so grausame Weise entsorgt. Sie schnürte ihn in einen engen Plastiksack, in dem er leicht hätte ersticken können. Sie ließ ihm keine Chance zu überleben. Selbst wenn das Baby nicht erstickt wäre, hätte es an Unterkühlung oder an Blutungen sterben können oder es hätte einfach mit Müll bedeckt und zu Tode gequetscht werden können. Alexis rechtfertigte sich damit, dass sie zu jung war, nicht verstand, was geschah und sich ihrer Handlungen aufgrund ihres Schockzustandes nicht bewusst war. Am Ende des Verhörs erklärte sie, dass sie das Kind nun behalten und aufziehen wolle. Die Polizei erklärte ihr jedoch, dass sie nach allem, was geschehen war, nicht einfach so weitermachen könne, als sei nichts geschehen, sondern dass sie nun die Verantwortung für das Verbrechen übernehmen müsse. Die Nachricht von dem neugeborenen Baby, das in einem Mülleimer gefunden wurde, rüttelte die ganze Gemeinde auf. Die Anwohner waren empört über das Verhalten der trauernden Mutter und verurteilten sie für diese Tat, denn sie hätte das Baby zum Beispiel in ein Krankenhaus oder eine Kirche geben können, wo ihm geholfen worden wäre und es nicht in Gefahr bringen müssen. Nach dem Verhör wurde Alexis noch einmal ins Krankenhaus gebracht, um ihren Zustand festzustellen. Die Mediziner bestätigten, dass es ihr gut ging und kein Krankenhausaufenthalt erforderlich war. Das Mädchen wurde daraufhin verhaftet. Sie wurde wegen versuchten Mordes ersten Grades und Kindesmisshandlung mit schwerer Körperverletzung angeklagt. Wie sich herausstellte, ging die Rücksichtslosigkeit der Mutter nicht spurlos an dem Baby vorbei. Infolge der Unterkühlung entwickelte das Kind Anomalien und irreversible Folgen, die das Gehirn betrafen. Dadurch blieb es für den Rest seines Lebens behindert. Trotz ihrer Verhaftung wurde Alexis nach Hinterlegung einer Kaution von 10.000 Dollar fast sofort wieder freigelassen. Tatsächlich verbrachte sie nur ein paar Stunden im Gefängnis. Allerdings bedeuteten die Bedingungen ihrer Kaution, dass sie unter Hausarrest stand. Diese milde Strafe löste, obwohl der Fall öffentlichkeitswirksam war, mehrere Proteste in dem Viertel aus, in dem die trauernde Mutter lebte. Polizei nahm Kontakt mit dem 16-jährigen mutmaßlichen Vater des Babys auf, der Steven hieß. Dieser war tatsächlich der frühere Freund von Alexis. Sie hatten sich einige Monate vor der Geburt getrennt, nachdem er in einem Nachtclub in einen Streit mit ihr geraten war. Der Mann sagte, er habe von ihrer Schwangerschaft in der Anfangsphase erfahren, aber kurz vor der Trennung habe sie ihm gesagt, dass sie eine Fehlgeburt hatte und er habe gar nicht mehr daran gedacht. Diese Tatsache wurde durch den Chatverlauf des Paares bestätigt. Der Vater des Freundes, der 50-jährige Oskar Astorga, bestätigte, dass er nicht wusste, dass die Freundin seines Sohnes, Alexis, ein Kind erwartete, bis er von der Polizei kontaktiert wurde. Oskar leitete ein Unternehmen, das für die lokale Öl- und Gasindustrie tätig war und er war sehr religiös. Der Mann sagte, seine Familie habe aufgrund der Nachricht Todesdrohungen in den sozialen Medien erhalten, obwohl sie nichts mit dem Vorfall zu tun hatten. Der Mann erklärte, dass die Familie das Sorgerecht für den Jungen, den sie Saul nannten, haben und ihn aufziehen wollte. Die Familie hat einen Anwalt beauftragt, der daran arbeitet. Aber während die Sorgerechtsfragen noch nicht geklärt sind, befindet sich der Junge aufgrund seines Gesundheitszustands in der Obhut von medizinischen und sozialen Diensten. Völlig unverständlich blieb jedoch, wie die strengen und konservativen Eltern von Alexis, die jeden ihrer Schritte kontrollierten, ihre Schwangerschaft nicht bemerken konnten und ihrer plötzlichen Gewichtszunahme und ihrem wachsenden Bauch keine Beachtung schenkten. Sie wussten sehr wohl, dass ihre Tochter eine Beziehung mit einem Freund hatte und dass dies das Ende der Beziehung sein könnte, aber aus irgendeinem Grund weigerten sie sich, das Offensichtliche zu glauben. Die Mutter von Alexis, Martha, kommentierte die Situation wie folgt, als sie von dem Vorfall erfuhr, jeder macht Fehler und meine Tochter ist da keine Ausnahme. Der Prozess begann am 10. April 2023. Die Verteidigung versuchte zu beweisen, dass die Angeklagte nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst hatte. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Staatsanwaltschaft bereits den Gegenbeweis erbracht, da sie sich im Krankenhaus untersuchen ließ und die Ergebnisse kannte, sowie mit Freunden und ihrem Freund darüber redete. Alexis selbst beschloss, ihre Aussage zu widerrufen und erklärte vor Gericht, sie könne sich nicht an das Gespräch erinnern, weil sie nicht sie selbst sei. Angeblich hatte sie sich in dieser Zeit wegen einer psychischen Störung, die sie entwickelt hatte, in Behandlung begeben. Inzwischen habe sie jedoch eingesehen, was geschehen war und es bereut. Dennoch wurde Alexis gezwungen, vor Gericht auszusagen. Die Aussage der vernachlässigenden Mutter begann sich ständig zu verändern. Sie sagte, dass sie an jenem verhängnisvollen Tag mehrmals in Ohnmacht gefallen sei und sich generell am Rande des Wahnsinns befand. Ebenfalls unter Tränen gab sie vor den Geschworenen zu, dass sie das Kind nun zurückholen und aufziehen wolle, da ihr klar geworden sei, was geschehen sei und sie sich schuldig fühle. Es schien ihr aufrichtig leid zu tun, was geschehen war, aber sie konnte sich trivialerweise nicht an ihre eigenen Handlungen erinnern. Trotz der Flut von Lügen befanden die Geschworenen das Mädchen des versuchten Mordes ersten Grades sowie des Kindesmissbrauchs, der zu einer schweren Körperverletzung führte, für schuldig. Alexis schluchzte nach der Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Alexis wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, wobei sie nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden kann. Die Angeklagte und ihre Familie waren mit dem Urteil äußerst unglücklich und empfanden es als ungerecht. Sie verstanden nicht, warum das Mädchen wegen der Fehler in ihrer Jugend die besten Jahre ihres Lebens im Gefängnis verbringen sollte. Die Staatsanwaltschaft war jedoch der Ansicht, dass diese Strafe verdient war, da der Junge fast sein Leben verloren und eine lebenslange Behinderung erlitten hatte. Dieses Urteil ist eine Warnung an alle, die versuchen, unschuldige Kinder zu töten, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Die Anwälte der Verurteilten legten fast unmittelbar nach Abschluss des Prozesses Berufung ein. Sie wurde jedoch vom Gericht abgelehnt. Wenn sich nichts Entscheidendes ändert, wird Alexis möglicherweise erst im Alter von 34 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Die Tragödie, die viele schockiert hat, hat die Behörden veranlasst, die Einrichtung einer speziellen Box zu erwägen, in der Mütter ihre Babys sicher und anonym abgeben können. Die Box ist temperaturgesteuert und verfügt über ein Alarmsystem, das anschlägt, wenn ein Baby hineingelegt wird. Die spezielle Box, deren Installation 20.000 Dollar kosten wird, soll bald in der Feuerwache von Española aufgestellt werden und wird die erste ihrer Art in New Mexico sein. In allen 50 US-Bundesstaaten gibt es Gesetze, die es erlauben, Neugeborene straffrei an bestimmten Orten abzugeben, in der Regel auf Feuerwachen und Polizeistationen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.